Kurz informiert bei heise online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Er fordert, dass das Unternehmen strengere Sicherheitsmaßnahmen ergreift, die betroffenen Personen aus der Datenbank entfernt und eine finanzielle Entschädigung leistet. Die Cyberkriminellen behaupten, dass der Leak fast drei Milliarden Datensätze umfasse. Spotify hat einen Etappensieg im Wettbewerbsstreit mit Apple erreicht. Die iOS-App zeigt in der Europäischen Union nun erstmals die Preise für Spotify-Abos im Web an. Dies ist eine Reaktion auf eine milliardenschwere Kartellstrafe, die Apple speziell für Musik-Streaming-Dienste in Europa einrichten musste. Spotify merkte allerdings an, dass Apple weiterhin, Zitat, illegale und räuberische Steuern verlange. Apple fordert für externe Kaufmöglichkeiten eine Provision von 27 Prozent. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will dem Bundeskriminalamt die Befugnis geben, künftig heimlich Wohnungen zu betreten und zu durchsuchen. Damit soll es den Ermittlern leichter fallen, den Bundestrojaner für heimliche Online-Durchsuchungen auf IT-Systemen wie Smartphones oder Computern zu installieren. Dieser Vorschlag steht im Zentrum der Kritik, da er gegen den Koalitionsvertrag der Ampel verstößt, der hohe Eingriffsschwellen für den Einsatz von Überwachungssoftware vorsieht. Die US-amerikanische Standardisierungsbehörde NIST hat eine erste Sammlung von Verschlüsselungswerkzeugen veröffentlicht, die auch Angriffen durch Quantenrechner widerstehen sollen. Nach einem mehr als zweijährigen Auswahlverfahren sind drei US-Bundesstandards zur Informationsverarbeitung entstanden. Quantensichere Verschlüsselung ist insbesondere für Sicherheitsexperten und Behörden ein wichtiges Thema. Im Zuge des KI-Booms steigt auch die Nachfrage nach Solid-State-Drives, sogenannten SSDs. Nach einem Nachfragetief im vergangenen Jahr rechnet Marktbeobachter Trendforce mit einer Verkaufssteigerung von 80% bei Enterprise-SSDs im diesjährigen dritten Quartal. Die hohe Nachfrage könne auch zu Preissteigerungen führen, da Hersteller einen Teil ihrer Produktion von SSDs für Endbenutzer zu Enterprise-SSDs umwandeln könnten. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de Ein Blick in die unternehmerische Zukunft von morgen, spannende Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Entscheiderinnen und Perspektiven auf die Chancen von KI. All das bietet das Women in Tech Event auf der Horizons bei Heise in Hannover. Am 27. August ab 15 Uhr lädt Heise zu dieser innovativen Veranstaltung ein. Tickets kosten 25 Euro inklusive Verpflegung. Worauf wartet Ihr? Jetzt anmelden auf horizons-heise.de und Zukunft mitgestalten. Grым GONG GONG Untertitelung des ZDF, 2020